Hallo meine lieben Kreativen! Ja, dieses Video hier enthält jetzt Werbung, nämlich Werbung für meinen Shop. Ja, es gibt nämlich ein paar neue Sachen, die habe ich euch jetzt zwar schon bei Facebook gezeigt, aber ich möchte sie auch gerne euch nochmal in einem extra Video zeigen. Und das machen wir genau jetzt, nach meinem Intro. Ja, wie gerade schon gesagt, es gibt ein paar neue Sachen und ein paar Ergänzungen, beziehungsweise zwei Ergänzungen, damit ihr euch da so ein bisschen was anderes darunter vorstellen könnt. Ja, wir starten jetzt als erstes mit etwas Neuem aus meinem Shop. Und ja, und zwar hat der Micha mir das hier gerade nämlich in die Hand gedrückt. Er nutzt das nämlich aktuell sogar. Ja, und zwar gibt es jetzt in meinem Shop Stiftablagen. Ja, das sind diese schönen Dinger hier. Ja, der Micha, der hat sich das nämlich ausgesucht in blau und wollte gerne Paintingsteine drin haben. Das hat er natürlich bekommen. Und damit ihr jetzt mal sehen könnt, was da alles so reinpasst, ja, hat er mir jetzt gerade mal sein Schiffchen in die Hand gedrückt. Ja, also wie ihr sehen könnt, es passt wirklich viel rein. Und genau, ich zeige euch das jetzt gerade mal ohne die Sachen. Dann kann ich euch das nämlich auch von der Seite zeigen. Beziehungsweise von allen Seiten einfach mal. Also es ist durchsichtig. Also es ist halt diese Glasoptik von den Farben her. Ich habe hier ein bisschen Glitzer noch mit drin. So Muscheloptik ist das eher. Und von der Seite sieht das dann so aus. Ja, es sieht halt aus wie ein Aquarium. Das ist total cool. Ja, das hat der Micha sich wie gesagt ausgesucht. Und der Micha ist davon begeistert, oder? Das ist richtig geil. Vor allen Dingen kommt das ja sehr gut, weil ich ja auch immer mal ein bisschen was Glitzermäßiges drin habe. Also ich habe ja immer meine Pinzette dabei, die ja sonst immer nur, wie alles andere, einfach nur rumgelegen hat. Weil im Schiffchen habe ich ja nur die Steine drin. Ja, vor allen Dingen, es passt zum Beispiel auch noch zusätzlich eine Schere noch mit rein. Wenn ihr jetzt hier, ne, so. Genau. Und man hat halt eben alles dazu, ne? Ja. Folienhalter, ja. Hab ich hier und... Oder Washi-Tape. Für Washi-Tape könnt ihr das auch nutzen. Nehmen wir mal die Schere weg. Genau, nimmt man zum Beispiel die Schere raus, dann könnt ihr noch ein Washi-Tape reinlegen. Hier ist dann auch ein Folienhalter. Genau. Den es im Übrigen auch hier bei Pinkies Kreativfeld im Shop gibt. Klickt euch da einfach mal rein. Genauso wie Paintingstifte. Ja. Und sogar nach euren Wünschen, Farben, Glitzer. Mhm. Schaut euch einfach mal auf der Homepage um. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Das ist der Wahnsinn. Ja, und was ihr da natürlich auch reinlegen könnt, was wir auch nicht vergessen dürfen. Viele benutzen ja auch verschiedene Aufsätze oder wechseln die immer wieder. Ja. Und da könnt ihr zum Beispiel auch eure Aufsätze dann reintun. Dann habt ihr die nicht auf dem Tisch rumliegen oder auf dem Bild. Dann habt ihr direkt alles zusammen. So. Das ist jetzt Variante 1. Variante 2 zeige ich euch jetzt direkt. Das gebe ich direkt mal wieder rüber an den Micha, weil das ist ja Michas. Das kannst du mal zu deinen Paintingsachen tun. Ja, hatte ich gerade vor. Ja. Variante 2 ist zum Beispiel das von mir. Ja, ich habe mir nämlich etwas ausgesucht. Ähm. Ein bisschen was anderes. Ja, und zwar habe ich mir das mit einem Glitzerrand gemacht. Ja. Den Glitzerrand. Und ich habe meinen Namen reingelegt. Ja. Außerdem habe ich da noch eine, ja, beziehungsweise zwei Hologramm Katzen mit drin. Also ich finde das total cool. Ja. Und dadurch halt, weil ich das Glitzer hier reingetan habe, hat sich dann auch ein bisschen was hier rein verirrt. Aber ganz ehrlich, ich finde es richtig toll. Ja. Ja. Und, huch, jetzt kriege ich Schluck auf. Ja. Wie man jetzt hier gut sehen kann, es ist halt dreifarbig im Grunde genommen. Ne. Also ich habe hier oben die Glitzerschicht. Dann habe ich hier einmal in Metalloptik habe ich hier noch drinne. Und, äh, hier ist dann durchsichtig mit Glitzer. Genau. Also das ist, wie gesagt, das von mir. Ja. Und es passen zum Beispiel auch Acrylstifte wunderbar rein. Also die passen auch. Ne. Also so würde das jetzt zum Beispiel bei mir aussehen. Hast du das eigentlich schon mit dem Namen gesagt? Ja, habe ich. Ah. Genau. Ja. Ihr könnt dann nämlich auch die Farben auswählen. Also es können auch Farben sein, jetzt zum Beispiel hier wie bei dem Glitzer. Also ihr seht ja hier die Buchstaben in der Mitte sind halt die gleiche, also der gleiche Farbton wie das Glitzer an der Seite. Und das kann ich zum Beispiel auch für euch machen. Ne. Wenn ihr jetzt sagt, was weiß ich, zum Beispiel, äh, die, nehmen wir einfach mal die Anni. Ne. Anni fällt mir gerade ein, weil sie mir gerade nämlich eine Nachricht geschickt hat. Ähm. Genau. Und ich habe da den Namen gelesen. Ja. Sagen wir jetzt mal zum Beispiel, Anni möchte gern eins haben mit ihrem Namen drauf. So. Möchte da Anni draufstehen haben. Möchte zum Beispiel irgendeinen Blauton oder so. Ne. Möchte ein blaues Glitzer haben. Dann kann ich das gerne alles einheitlich machen und eine andere Farbe als Untergrund nehmen. Ne. Also so wie das jetzt auch hier ist. Dass sich das halt ein bisschen abhebt. Ne. Genau. Also wie gesagt, das sind schon mal die Stiftablagen. Die könnt ihr halt nicht nur nutzen fürs Diamond Painting. Die könnt ihr auch benutzen, wenn ihr das einfach nur als Büroartikel nutzen möchtet. Wie zum Beispiel jetzt hier einfach mit einem ganz normalen Stift. Könnt ihr euch das da reinlegen. Oder ihr seid am Malen und möchtet da noch einen Bleistift bei haben. Oder wie ihr das gerne haben möchtet. Könnt ihr euch da alles reinlegen. Ich wüsste sogar, wofür ich es noch nehmen könnte. Wofür? Für zwei Gläser. Ja, könnte man auch machen. Aber dafür haben wir ja unsere Untersetzer, die auch im Shop sind. Ja, genau. Da haben wir ja die Untersetzer für. Da reden wir ja die Untersetzer. Wäre aber auch eine gute Alternative, ne. Ja, genau. Also es würden auch zwei Gläser draufpassen. Ja. Ne. So, das ist dann schon mal Punkt eins. Punkt zwei, was auch neu ist in dem Shop bei mir. Das sind diese schönen hier. Ja, den, den ich jetzt auf der Shop-Seite drauf habe. Diesen schwarz-rosanen. Den habe ich allerdings nicht mehr. Den habe ich nämlich verschenkt. Ja, aber ich habe zwischenzeitlich noch einen anderen gemacht. Und genau. Also, das hier sind die Teelichthalter. Ja, und die könnt ihr euch auch gestalten, wie ihr möchtet. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel auch so eine Mischung aus Metallic, Optik und Glasoptik. Das haben wir alles da so ein bisschen mit drin. Ne. Und das ist auch ein Test, weil ich habe nämlich neue Nachtleuchtsachen. Und wenn das klappt, dann gibt es das dann auch als Option noch. Ne. Aktuell habe ich es ehrlich gesagt rausgenommen. Weil ich da ein bisschen am rumtesten bin. Aber das wird es noch geben. Ich habe eine Überraschung, was dann mit dabei ist, damit ihr direkt damit starten könnt. Ja. Schaut mal. Genau. Also, wenn ihr euch Teelichthalter aussucht, dann werden da auch Teelichter schon mit bei sein. Ne. Also, ihr braucht nur noch ein Feuerzeug anmachen. Fertig. Fertig. Ja. Also hier ist jetzt zum Beispiel die Besonderheit, dass das komplett blickdicht ist. Also es ist kein Metallic, kein Metallic Optik. Das ist auch eher jetzt ein Test. Ähm. Genau. Genau. Das ist halt ohne den Glitzer nur. Dem Glitzerrand oben. Und halt in der Mitte ist auch Glitzer. So. Ja. Und das hier hat dann halt diese Glasoptik. Ne. So. Das sind die Teelichthalter. Genau. Ja. Dann, ähm. Ja. Wollte ich euch noch etwas zeigen, weil das ist zwar schon auf der Homepage ein bisschen länger drauf, aber es gibt da jetzt auch noch andere, ähm, Kategorien, die ich euch zeigen kann. Weil bis jetzt hatte ich euch ja nur ein Foto von diesem hier gezeigt, von dem Teddy, ne, in dem Metallic Look. Und ich habe jetzt nämlich ein bisschen rumprobiert wieder. Ja. Also in Glasoptik sieht der auch richtig schick aus. Guckt mal. Ja. Also ich finde den richtig cool. In der Glasoptik. Ja. Das sieht richtig aus wie so ein Diamant. Also das ist, das spiegelt auch total. Also ja. Ich liebe diesen Teddy. So. Um es euch aber auch zu zeigen, wie es aussieht in Glasoptik mit Glitzer, haben wir zum Beispiel auch einen mit Glitzer gemacht. Ja. Ne. Das ist der hier. Ja. Wie gesagt, also, ne, damit ihr euch da so ein bisschen was darunter vorstellen könnt, habe ich mir gedacht, mache ich jetzt mal die beiden anderen auch. Und, ähm, ja. Genau. Die kann man dann so als Deko-Figuren nehmen zum Hinstellen, weil für Folienmagneten finde ich sie ehrlich gesagt ein bisschen zu groß. Aber bei dem Punkt kann ich euch noch etwas zeigen, was es auch sehr wahrscheinlich jetzt zunächst im Shop geben wird. Aha. Ja, ähm, die habe ich jetzt allerdings noch nicht auf der Homepage, weil da müssen wir erst noch gucken, dass es andere Magneten gibt, weil die anderen, also die, die wir haben, sind ein bisschen klein dafür. Ähm, genau. Dann kann ich euch das ja schon mal zeigen. Die wird es dann demnächst jetzt auch noch geben. Ja, der Micha holt es gerade mal aus der Schublade. Ja, da haben wir schon mal ein paar vorgefertigt. Genau, wir haben nämlich schon mal ein bisschen was vorbereitet. Und, äh, genau, dann kann ich euch das nämlich schon mal demonstrieren. Ja, und zwar sind das auch noch mal Teddys. Ja, allerdings... Hat der eine Sonderoption? Äh, ja, genau. Ja, also wie gesagt, wir haben schon so ein bisschen hier, äh, vorgearbeitet. Ja, und zwar sind das auch noch mal die Teddys. Allerdings, äh, ein paar Nummern größer. Wo hast du den kleinen? Ähm, hier guckt mal, da ist mein Bild. Gib mir das mal gerade, bitte. Das Bild. Ja, das Bild. Genau. Ja, ich mache ja jetzt aktuell die Tinkerbell, ne? Und, ähm, genau, da kann ich euch das nämlich wunderbar zeigen. Hier ist nämlich der Teddy-Eyes-Folien-Magnet dran. Und seht ihr? Er hält. Ja. Und um euch jetzt mal die Größe zu demonstrieren, lege ich jetzt einfach mal einen großen daneben. Guckt mal. Seht ihr den Unterschied? Das ist der XXL. Genau. Also, es gibt die in klein aktuell. Und demnächst jetzt auch in groß. Nur da muss ich, wie gesagt, erstmal gucken, dass ich noch andere Magnete besorge. Damit die dann auch halten, weil die haben relativ kleine Magneten dran. Ne? So. Nur damit ihr das mal seht. Also, ich gehe nochmal höher. Also, klein. Groß. Ja. Genau. So. Ja, da haben wir uns auch so ein bisschen ausgetobt. Ähm. Ähm. Genau. Die beiden hier sind auf jeden Fall in, äh, mit, mit Nachtleucht drinne. Die beiden. Nur da bin ich, wie gesagt, ein bisschen am Rumprobieren aktuell. Ähm. 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 Und die beiden haben auch Nachtleucht drinne. Und der. Ist am besten. Und ist sogar in Neon. Und der hier, der leuchtet auch, glaube ich, richtig extrem, ne? Ja. Ja, sieht man jetzt nicht. Ist jetzt noch zu hell. Da müssen wir dann mal gucken, dass ich euch da mal ein, äh, ein Foto nochmal von reinsetze. Dann, wie gesagt, also das sind so die, ähm, die großen Teddys, die es dann jetzt demnächst geben wird. Ja. Ja, es wird auch noch ein paar andere neue Sachen geben, ähm, zum Thema Diamond Painting Zubehör. Äh, zum Thema Schreibwaren. Ne? Ja. Und Geschenkartikel. Da wird es demnächst auch noch was Neues geben. Wie gesagt, also ich habe jetzt die Kategorien auch ein bisschen umgeändert. Also ihr findet jetzt Diamond Painting Stifte unter Diamond Painting Stifte. Zubehör. Diamond Painting Zubehör. Da habt ihr dann zum Beispiel die, ähm, die Ablagen drinne. Ne? Dann, ähm, die Magnete. Die sind unter Folienmagnete. Und unter Geschenkartikel findet ihr dann zum Beispiel die, äh, großen Teddys. Also die hier. Ne? Ähm, die Untersetzer, die Aschenbecher. Und, äh, ja, mich halt gleich. Ähm, genau. Uns ist nämlich gerade aufgefallen, wir haben nämlich noch was vergessen. Hä, 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 warte. Ähm, genau. Also diese Sachen findet ihr dann da und unter, äh, Büroartikel. Da sind aktuell die Kugelschreiber drin. Ja, so. Die legen ich erst mal zur Seite. Der Micha, der hat mir nämlich gerade schon die neuen, die anderen Sachen angegeben. Den hier müsstet ihr ja schon kennen. Den habe ich, glaube ich, auch schon auf der Homepage drauf. Muss ich gleich nochmal gucken. Genau, den hier unter mich, diesen Aschenbecher. Ne? Der ist in Metallic Farben. Ja, da haben wir uns auch noch ein bisschen rumprobiert. Nämlich haben wir den einmal in, ja, in rosa mit schwarz-grau ist das eher. Ne? Auch Metallic Optik. Und wir haben uns in Glasoptik mit Glitzer ausprobiert. Den finde ich ja so toll hier. Der ist richtig cool geworden. Den finde ich richtig toll. Ja. Seht ihr da oben? Hier oben hat sich das ganze Glitzer abgesetzt. Ja, könnte man auch zeigen. Äh, der bringt mich hier voll aus dem Konzept. Also hier oben, wie gesagt, hat sich hauptsächlich das Glitzer abgesetzt. Ne? Dann wird das hier halt immer weniger. Und hier ist dann irgendwann richtig die Glasoptik. Also ich finde den total toll. Der ist halt kleiner als die anderen, als die eckigen. Ähm, hast du gerade einen eckigen Aschenbecher für mich? Ja. Jetzt weiß ich, was ich noch vergessen habe, auf die Homepage zu setzen. Micha, du kramst jetzt alles aus, wo ich jetzt hier das Werbevideo drehe. Das ist immer toll. Ja. So, damit ihr das jetzt mal sehen könnt, den Unterschied. Also wie gesagt, das hier sind die eckigen und das ist dann der runde. Moment. So. Also der ist halt ein bisschen, bisschen kleiner. Also vom, ja, minimal kleiner in der Mitte. Ne? Aber ich finde trotzdem, finde sie trotzdem cool. Ich mag so weit ja hier so mit so Glitzer, Glitzer. So. So. Dann tun wir das erst mal zur Seite. Ich habe hier gleich den ganzen Tisch voll. Ja, und zwar haben wir nämlich auch noch andere Teddys. Das habe ich nämlich ganz vergessen. Ja. Ja. Die würde es jetzt auch demnächst noch geben als Folienmagneten. Ne? Haben wir zum Beispiel auch nochmal in Glitzer. Der hier ist zum Beispiel in Metallic mit Nachtleuchter. Ja. Der leuchtet auch. Und der hier ist halt in Glasoptik. Und da habe ich dann halt ein bisschen versucht, hier die Ohren und so im Vordergrund zu bringen. Ja, das war so der erste Versuch, ne? Wie gesagt, also das wird es auch demnächst noch geben. Es wird auch noch dann andere Folienbeschwerer geben, beziehungsweise Magneten. Es wird nicht nur Teddys geben und Diamanten, sondern auch noch andere Objekte. Und ja, da verrate ich euch jetzt erst mal nichts zu. Das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. So. Dann haben wir aber noch etwas zum Thema Geschenkartikel. Und beziehungsweise es könnte auch zum Thema Diamond Painting. den Zubehör passen. Könnte man wachsen und den Kaufsitzer drauf reintun. Ja, da haben wir nämlich hier so kleine Schälchen. Guckt mal. Ja, sowas gibt es dann auch. Das kann man dann passend machen zu den ganzen Sachen, wie ihr das gerne hättet. Hier haben wir zum Beispiel in Metalloptik. Metallic. Dann in durchsichtig. Das ist auch einer in Nachtleucht. Das war auch so ein Test gewesen. Mit passendem rotem Glitzer drin. Und hier haben wir dann in Blickdicht, in schwarz, mit buntem Glitzer. Ja, wie gesagt. Also, das wird es dann auch geben. Da könnt ihr dann zum Beispiel euer Wachs reinlegen. Die Aufsätze. Die Aufsätze. Ihr könnt auch Waschi-Tape da reinlegen, wie ihr möchtet. Oder wenn ihr verschiedene Magneten habt, dann legt euch da einfach die verschiedenen Magnete rein. Zum Beispiel. Ja, wie ihr das gerne haben würdet. Ja. Ja, wie gesagt. Also, das war jetzt, glaube ich, alles. Oder haben wir jetzt doch noch was vergessen? Nee, das ist alles. Ich müsste jetzt noch alles sehen. Also, hier habe ich zum Beispiel auch so ein paar Sternchen drin. Also, da sieht man auch so ein paar Sterne. Ja, wie gesagt. Also, das hier kommt jetzt gleich noch auf die Homepage. Ja, also auf jeden Fall jetzt am Wochenende. Genau. Ja. Das waren dann erstmal so die neuen Sachen aus meinem Shop. Wie gesagt. Da kommt jetzt demnächst noch mehr. Wir haben noch ein bisschen was bestellt und müssen dann auch noch ein bisschen was produzieren. Ja, da könnt ihr auf jeden Fall schon mal gespannt sein. Ich hoffe, euch gefallen die Sachen. Und ja, wie gesagt, zum Thema Folienmagneten, da gibt es demnächst auch noch andere. Aber da müsst ihr noch ein bisschen warten. Ja. Bis dahin. Danke fürs Zusehen und viel Spaß beim Rumstöbern auf meiner Homepage. Ja, den Link zu meiner Homepage setze ich euch hier nochmal rein. Ja. Und dann könnt ihr euch da gerne mal umsehen. Ja. Bis dahin. Tschööö. Tschööö.